Hallo, Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Der erste Tag mit zweistellenden Temperaturen, 15 Grad, Sonnenschein, Kutterose, wie ihr seht, heute nicht alleine. Zweiter Ausdruck mit ihr auf dem Mountainbike, um erstmal gefühlt dafür zu bekommen. Und wir gucken einfach mal, was nötig ist. Es sei noch angewöhnt. Sie ist halt das Fahrrad seit 3,5 Jahren. Ein neues Habtiebelst der Nazi. Und das ist für sie alles noch ziemlich neu. Ok, irgendwas Spaß. Unser erster Versuch auf dem Tray. War noch leicht wackelig, aber geht schon. Jetzt gucken wir mal. What? I do it. Yes. So. Jetzt kein gerader Weg und leicht abschüssig. Not the steps left and right. Yes. Great. Perfekt. Damit auch ein bisschen Action für euch kommt. Jetzt mal schnell den Treffenset hier. Und der Rest wartet unten. ynen. ganz genau da. Und da sitzt die Faust. Nur auf den Weg konzentrieren. Super! Was? Es wird abgehen. Yes. No, no, no. Da bleibt sie stehen, aber okay. Beim nächsten werden wir sowieso schieben. Der wird zu steif für sie sein. Eine sammelt. Weiter geht's. Während wir den Berg da runter fahren. So, ich sehe den hier schieben. Der Aufstieg hier war ziemlich matschig. So, gucken wir mal, wie er ist beim runterfahren. Hoffen wir mal die ganze Schlimmuhr. Schlimmer. Die Schmierseife. Okay, so, fahr rüber. Wir müssen zusammen die eine oder andere Runde mal machen. Und dann müssen wir es nicht riskieren, dass er heute auf dem Boden sich hinpackt. Gerade weit stellen, was noch ziemlich rutschig ist. Nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht. Ich hoffe, da wird noch die eine oder andere Runde zu zweit oder zu dritt folgen. Aber dann würde ich sagen, lasst uns sehen, was die nächste Zeit bringt. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß. Ihr wisst, was zu tun ist. Weit fahrst. Weit, weit. Und das bringt.